Dogecoin hat es geschafft von einem Meme zu einer Kryptowährung zu werden, die mehr wert ist als so manche große Unternehmen. Wir wollen uns in diesem Video mal anschauen, was dahinter steckt, was Dogecoin eigentlich ist und wie es funktioniert. Dogecoin wurde 2013 erstellt und ist durch eine Abspaltung von Litecoin entstanden. Litecoin ist wiederum eine Abspaltung von Bitcoin und Abspaltung bedeutet in diesem Fall, man hat den gleichen Code genommen und ihn dann ein bisschen verändert. Dogecoin ist Open Source und wurde damals erschaffen, um einfach einen Spaß rund um das Doge-Internet-Meme zu machen. Das Meme gab es auch schon vorher und somit wurde das Logo einfach ein Bild der japanischen Hunderasse Shiba Inu. Die Bezeichnung Doge ist einfach nur ein Slangbegriff für Dog und das bekannte Bild entstand 2010, als eine japanische Kindergärtnerin Fotos ihres adoptierten Hundes auf ihrem Blog postete. Darunter war auch dieses bekannte Bild, woraus dann das Doge-Meme entstand. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Phasen, wo Dogecoin stark angestiegen ist und auch in letzter Zeit ist Dogecoin wieder sehr beliebt geworden, was unter anderem auch daran liegt, dass Elon Musk schon mehrfach auf Social Media gepostet hat, dass Dogecoin sein Lieblingscoin ist. Der gewollte Nutzen von Dogecoin liegt in erster Linie darin, ihn als Trinkgeld auf Reddit und Twitter zu verwenden, um so das Schaffen von qualitativ hochwertigen Inhalten zu belohnen. Eine Dogecoin-Wallet kann man sich entweder über die offizielle Seite herunterladen oder eine von vielen Multi-Wallets verwenden. Schauen wir uns als nächstes noch an, wie Dogecoin funktioniert. Dogecoin ist im Prinzip eine ganz normale Kryptowährung, die genau wie Bitcoin und Ethereum auf einer Blockchain-Technologie basiert. Ein Unterschied zu Bitcoin ist zum Beispiel die Blockzeit, also alle wie viele Minuten im Schnitt ein neuer Block der Blockchain hinzugefügt wird. Bei Bitcoin liegt diese bei 10 Minuten und bei Dogecoin bei nur einer Minute. Außerdem ist die Gesamtmenge aller Dogecoins nicht wie bei Bitcoin auf 21 Millionen begrenzt, sondern es gibt beim Mine von Dogecoin kein Limit. Pro Block gibt es eine Belohnung von 10.000 Dogecoin und da es ca. 1 Minute pro Block braucht, werden jeden Tag 14,4 Millionen neue Dogecoins gemeint. Dadurch ist es ein nicht so guter Wertspeicher wie Bitcoin, als Zahlungsmittel lässt sich Dogecoin schon besser verwenden, die Transaktionen sind schnell und günstig. Was ist eure Meinung zu Dogecoin? Glaubt ihr in ein paar Jahren wird keiner mehr davon reden oder reicht das Meme-Potenzial aus, um Dogecoin relevant zu halten? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Falls ihr wissen möchtet wie man ganz einfach Dogecoin kaufen kann, schaut gerne mal in die Videobeschreibung, dort habe ich euch dazu ein Video verlinkt. Und falls ihr Fragen habt, stellt sie immer gerne in den Kommentaren.